hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge micro bedwurz eigentlich sollte ja heute ich hab jetzt entschieden, da das Aufnahmprogramm das nicht aufnehmen wollte ok Und dann wollte ich noch was sagen, ich habe vor dem letzten Erdenfolge, ich glaube, im Krimis gesagt, dass ich nichts davon in einem Video sagen wollte, aber ich wollte es trotzdem machen, kündigen, dass Mitzelburg ein Leistung kommen wird. Schon wieder dieses Netge-Auto-Springen an. Kann dieses Auto springen nicht aufstehen? Und im Ordnungsprozess ankündigen für Stone End Tree, da wird nämlich demnächst ein Update kommen. Also wundert euch nicht, wenn der jetzt aber demnächst mal in Wartung fließt. Wir sind hier, wir werden hier aufkommen. Okay, das war's. Aber nicht für diese Folge. Aber nicht für diese Folge. Ähm, ich nehme hier an. Ich denke, dann... ... ... der sitzt jetzt einfach so, dass er nicht frei ist. der grund warum mittwochen lächeln kommt ist einfach weil ich da frei habe denn am hattest du es dann buchen denn weil morgen heute oder heute wie es wieder geht ähm habt ihr glaube ich auch alles frei ist ja am feiertag ähm und morgen habe ich dann auch frei also wie mir auch was übermachen oder ihr seht das am tag später ok ich kann jetzt mal starten Was ist denn der Map? Also, die sind da aus. kann der Teum hat vielleicht mal Gold kommen ähm, ruft ich dem Wasser, habe ich ja, fällern ach, was ist das noch so? benutzen wir noch so das alte Schutzsystem ja scheiße ok ok, dann würde ich sagen, mal kurz ein bisschen die Map an oh schon wenn wir uns nicht sind gut, ähm, dann würde ich sagen, das war halt so ein bisschen kurz, aber naja ich habe noch ein bisschen was zu tun, ähm, und wir sehen uns ja, bis dann, und tschüss ja, bis dann, und dann, um, ja wenn wir uns nicht mehr auf der se nachdenken, dann, um, ja ja, bis dann, um, 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 ja, bis dann ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017